so eine neue aufregelte mit 60 FPS auf das ist ja geil nein ich bin ja im Kampf bei euch also ich musste meine anderen Aufnahmen verwerfen und die liefen auch für meiner Wenigkeit nicht gut ich hab glaub ich keinen Kampf gewonnen das müssen wir jetzt mal anmerken weil sonst ich denke Moritz wieder ich will die nicht hochladen weil ich so schlecht war aber das stimmt nicht er hat sogar gegen mich gewonnen das ist ja wenig sogar noch mal ja wir nehmen das jetzt gerade auf Streetfighter und wir spielen einfach so ein bisschen erwartet nichts krasses von meiner Wenigkeit besonders Moritz ist auch noch dabei aber Moritz gehört uns nicht er ist nicht mehr komfy sagen wir mal eher so er weiß dass wir aufnehmen deswegen strengt er sich glaube ich richtig an so also falls ihr hohe Ansprüche an Streetfighter habt dann seid ihr hier falsch und man sieht meine Maus im Bild das ist sehr professionell so ist das geil ist das geil ich bin auch da ja genau hey du bist auch dabei das muss ich auch dazu erwähnen nö muss auch mal was neues geben auf dem Kanal bevor das Seagrow of Mana Gewitter bald los geht oh 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 äh ein bisschen was anderes aber ey ihr müsst euch festhalten das Seagrow of Mana mich da fetzt euch die Augen weg ey warum Moritz warum ja ach zu spät ey ja das ist fast so schlecht das wir machen müssen als der letzte Schlag schon ja ich kann das schwer einschätzen immer ja das ist schwer wenn man nicht weiß wie lang auch die Ultis gehen weißt du ist halt nicht dass er dann auf einmal doch noch in den Schlag rein gerät da geile ich hab sogar die Tasten gehört auf eurem Gamepad jetzt wird spannend ich kann auch nicht reden okay hat sie gekriegt schön Mike Weißen geil ey es geht ab Mike hier bei den Kindern ja ich kann gar nichts machen wir haben auch ein Standbild du hast auch ein E bei mir stehen gerade bei deinem Pizzi ja weil ich den nicht neu getestet gelassen habe weil ich meine Grafikeinstellung geändert habe so ich muss die erste Runde geil nehmen weil ich hatte ja gerade auch geil am Anfang ich muss jetzt musst du raus wie raus mit dem Hund Cleo ja jetzt hab ich bessere FPS glaube ich nicht aber mit Cody ist natürlich nicht leicht wenn nicht irgendwann einer ja die Kämpfe sind immer sehr interessant also am geilsten ist wenn ich am liebsten kämpfe ich immer gegen geil mit geil weil das am spannendsten ist muss der Haze einmal am eigenen Leib erfahren ja ey ich habe Cross Up gemacht aber ach das ist oh oh ich bin zu dumm gerade einfach wieder nein oh fuck ey er macht die Dings nicht ich hab Flash gedrückt und er macht es nicht ja das Problem ja 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 das war das war spannend nein ich stelle mich nur noch schlecht an anscheinend ey ja das war doch von mir oh fuck ey ich drücke auch noch ach man ich sehe dich schon zu mir laufen wie wie der Terminator weißt du und ich kann das nicht mal panischen oder wie oder bin ich einfach zu langsam hallo ich hab wieso drücke ich denn weißt du weißt du nein ja wenn man manchmal weniger sagt dann äh muss man sich ein bisschen konzentrieren meinste ich konzentriere dich hey ich hätte au ey er gibt er mir günstig ey ich krieg nicht Dings ey ich krieg die nicht hin weißt du dann nein ahohhhh nein wie dumm von dir ooohh die macht in Gottes Namen ey in Gottes Namen für Amerika oh ey ne ich krieg das nicht hin ey ich drück glaube ich ich dachte jetzt machst du einen verfixten Kick aber dann ne ich glaube das kann ich punishen aber oh man na klar kannst du es punishen aber weißt du dann kommen so Situationen da kriegst du dann den Flash Kick nicht raus da guck ey oh shit geil dass das auf Band ist was oh my Sonic ich ich erwarte dann ja genau so geht er da war die äh wie soll ich das denn das ist echt dass er aufhalten nein ist so dumm ich krieg sie nicht hin nein spiel nein ey da hast du zu schnell gedrückt ey weiß ich wollte einfach wieder das war knapp das war echt knapp hat aber Spaß gemacht die Runde rutsch es weg ja mit meinem geilen EPC EPC? ja EPC ich will jetzt einfach geil weiternehmen weil ich muss ja besser mit geil werden coo nee Able Able ich erinnere mich nie an Able ey ich versuche es immer wieder und immer Krio in die Fresse immer wieder aber das ist vielleicht der Reiz da dran weißt du dass er Och ey daran hab ich ja gar nicht gedacht nein warum war der geil, ey Scheiße nur zu wenig äh die Galle äh die Niebersucher benutzen sie eh ich hab auch noch die falsche Ulti, man Och, dann springst du nicht nach vorne Ich muss mir ja gar nicht in Gefahr bringen ne, das kann ich dann doch Oh fuck ey, warum macht er denn macht er keinen Flashkick, wenn ich das möchte Manchmal bin ich echt in den Eingaben so richtig behindert Oh, Rose Och fuck ey, wer denkt denn da dran wenn ich nicht in den Eingaben so richtig Da fragt euch jetzt warum ich das einfach so gemacht habe Ach Mist Wegen dem Chip. Wegen dem Warchip. Wie geht die Öl-Schlaf nochmal von Rose, die zweite? Zwei Fehlkreise nach hinten und Kick. Ach, nach hinten? Ich will mal meine Kumpo hinkriegen, aber... Ey, ich schaffe es einfach nicht. Schade. Ich dachte, du sprichst. Ey, ich habe auch gedacht, ich springe. Ja, da block ich nicht, ich depp. Ich hätte andere Pläne. Geil, ey. Das Einzige, was ich kann. Wo ich stolz drauf bin. Guck mal, ich kann nicht mehr dashen. Doch, ey, zurück kann ich dashen, aber nach vorne kann ich nicht. Wie dieses Gamepad. Ah, geil, ey, das hat dein Fuß erwischt. Ich glaube es nicht. Oh, fuck. Stepp. Hab ich verdient. Ich dachte, du... Oh. Nein. Game, go! Stepp! Egal, hab ja noch eine Runde, weiß Bescheid. Ja, das ist richtig, ey. Bäh? Ja. Das ist safe, wenn ich nicht muss. Oh, geil. Nein, das war schlecht. Oh, fuck. Ich wollte den nicht machen eigentlich. Ich dachte, du bleibst stehen, aber... Wieso? Klappt das nicht mit der Ultra? Mach mal, mach mal. Komm, ich lass dich mehr. Eigentlich nach hinten. Oder Schlag, guck mal einfach. Das ist aber... Mit Schlag, nicht mit... Ja, mein Gott, ey. Ich bin kein Experte von Rose, ey. Ich war doch mal froh, dass ich in jeden Fall... Das ist eigentlich eine ganz coole Ultra von ihr. Weil, ähm... Dann hast du... Ja, du hast mal, hast du so zwei Kugeln um dich rumfliegen und dann, äh... Das macht den Gegner Schaden und man kommt nicht mehr so leicht rein mit dem Gegner, sag ich mal.